Nach einem schweren Sturz hat sich Jonas' Leben von jetzt auf gleich komplett verändert. Mit der neuen Situation kann er sich nur schwer anfreunden. Achtung! Es folgen Spoiler! Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ Die Story rund um Jonas, Felix van Deventer, hält die GZSZ-Fans weiterhin in Atem. Bei einem Event passierte dem DJ ein großes Unglück. Während seines Auftritts kletterte er ein Geländer auf der Bühne hoch. Bei dem Versuch, auf der Empore ein Selfie zu machen, kam es zu einem tragischen Sturz. Dabei zog sich Jonas eine schwere Rückenmarksverletzung zu, die eine lebensverändernde Diagnose zur Folge hat. Er ist von nun an querschnittsgelähmt. Die schockierende Nachricht kann Jonas nur schwer verarbeiten. Doch immer wieder wird ihm im Alltag nun bewusst, was die Diagnose bedeutet. Er ist fortan nicht nur auf einen Rollstuhl angewiesen, sondern auch auf die Hilfe von anderem in seinem Alltag. Es scheint, als verliere der DJ zunehmend seinen Lebensmut. Weder seine Familie, noch seine Freund Sternchen innen scheinen daran etwas ändern zu können. Johanna zaubert Jonas wieder ein Lächeln ins Gesicht. Frustriert darüber, dass er in seinen Beinen nichts mehr spürt, gießt sich Jonas in einem unbeobachteten Moment heißes Wasser über sein Knie. Doch dann steht plötzlich Johanna, Charlotte Reschke, in der Tür. Die Tochter von Gerna, Wolfgang Barrow, schafft es, den DJ davon abzuhalten, sich selbst noch weitere Verletzungen zuzufügen. Jonas jedoch befiehlt ihr zu gehen. Zu groß ist seine Verzweiflung und die Trauer aufgrund seiner neuen Lebenssituation. Womit er aber nicht rechnet. So leicht gibt Johanna ihren Freund nicht auf. Nur kurze Zeit später steht sie erneut in seinem Krankenhauszimmer. Vor TV-Ausstrahlung schon die neueste Folge sehen? Das ist möglich mit einem RTL Plus Abo. Sichert euch jetzt zwei Monate RTL Plus Max für insgesamt nur 9,98 Euro. Welche Vorteile ihr mit einem Abo habt, erfahrt ihr in diesem Video, und ihre Hartnäckigkeit macht sich offenbar bezahlt. Johanna gelingt es, Jonas von seinem Leid abzulenken, denn auch sie weiß, wie es ist, auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Wie Jonas war auch sie vor einigen Jahren gelähmt, ist inzwischen aber geheilt. Ihre einfühlsame und verständnisvolle Art wirkt scheinbar Wunder. Jonas verbringt mit ihr und Moritz, Lennart Borchert, einen überraschend unbeschwerten Tag mit Döner und Co. Doch lange hält seine neugewonnene Zuversicht vorerst nicht an. Als ein Pfleger das Zimmer betritt, um seinen Katheterbeutel zu wechseln, wird der DJ wieder von der Realität eingeholt. Ob Jonas sich noch mit seiner neuen Situation abfinden wird, erfahrt ihr immer montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL oder schon vorab bei RTL Plus. In diesem Quiz könnt ihr euer Wissen über die Daily unter Beweis stellen. Kennst du noch diese GZSZ-Figuren? Hat dir dieser Artikel gefallen? Diskutiere mit uns über aktuelle Kinostarts, deine Lieblingsserien und Filme, auf die du sehnlichst wartest, auf Instagram und Facebook. Folge uns auch gerne auf Flipboard und Google News.